Guten Tag Leute, und willkommen zu der nächsten Runde of your now Oh fuck, das ist eine andere Map Scheiße, 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 scheiße Auch von mir? Halli, hallo und auf Wiedersehen Und wir sehen uns Nein, ich bin viel zu weit weg Oh fuck, und in Wasser stirbt man als Block Weg dich, weg dich So, hier habe ich ein gutes Versteck, würde ich mal sagen Oh ja, also Du musst dich immer ganz offen Du musst dich immer ganz offensichtlich verstecken Irgendwie, ich habe letzte Woche Letzte Folge habe ich schon bereits meinen Shader Cut geworzelt Beziehungsweise bei mir Ja genau, letztes Video Beziehungsweise bei mir die in Ach, keine Ahnung Letztes Video auf jeden Fall hatte ich einen neuen Shader im Gegensatz zum vorletzten Video drin Und zwar habe ich jetzt den Zeus Ultra Weil ichs kann Ach echt, ich kanns auch Dadana, get root the first blood Ich spiele ja immer noch mit Shader Und das sieht jetzt irgendwie hieß nicht krasser aus als die anderen Male Und die Berge hier sehen ja wirklich famous aus Und wenn der mir hier zu nahe kommt, dann tötte ich ihn Oh, fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick! Oh, fuck Das hat sich mal wieder gesagt, meine Schreiere Warum komme ich hier nicht durch? Das war auch schon vorher so Warum? 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 Warum komme ich hier nicht raus? Fick dich einfach Wie behindert man soll sein? Alter, wer tut mir sowas an? Alter, irgendwer tut mich mit Pfeilen abhauen Oh, von da drüben Oh, von da drüben Hahahaha Puh Nineteen-Nine-Provence-Potter-Hit-Shot-One-Hit-Me Oh, das hat sich jetzt gebracht hier die ganze Erde Hahahaha Das ist witzig, einen Typen abzuknallen Ich glaub wir knallen uns grad gegenseitig ab, aber auch egal Bist du grad auf nem Baum? Ja Ja Ah, dann knallen wir uns grad hier Puh Wo ist dieser Wur, ey Alter, wieso hab ich wieder nur so wenig FPS, ey Oh Mein Rahmen geht doch nicht aus, nö Voll der Bullshit Oh, doh Oh shit, war ich auf meine Stimme Fick dich! 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 Alter, fick dich! Ich habe mich getroffen. Ich habe mich wieder getroffen. Aber wenn der jetzt hier hochkommt, dann bin ich so gearrscht. Oh Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr aus dem Wasser, weil der eine Typ mich hier voll ins Wasser gedrängt hat. Also Flo. Bäume sind so ein Dreck, ey. Soll ich den jetzt abknallen? Hüme an Block. Ich bitte, er ist jetzt einer dieser Hühner hier. Hilfe. Don't do this. Nein. Boom. Die Hure ist unten. Die Hure ist unten. Alle Achtung. Die Hure ist unten. Aber noch nicht ganz unten. Hilfe. Hilfe. Boom, bitch. Oh. Ich habe doch nicht dich getötet. Ich dachte, das wirst du gewesen. Das war ein Mightkiller. Oh mein Gott. Hilfe. Ich war gerade so kurz davor. Ich habe einen Typen gekillt. Richtig nice. Das ist mir davor nur ein paar Mal auch gelungen. Ultra Axt. Hallo. Böse Schwein, liebe Schwein. Ah, wollen wir mal austesten, ob man brennen kann. So, jetzt habe ich die Hyper Axt. Okay. Okay, jetzt fahre ich mit dem Bogen schießen auf. So, jetzt habe ich nämlich die Hyper Axt. Hier rein und dann da rein. Und nicht sterben. Oh, dann hat das Wasser. Die Hyper Axt muss man sich zuerst erfarmen. Oh, und dann... Boah, bist du behindert. Boah, bist du behindert. Oh mein Gott. Was hat das denn das? Herr Schnuffler, äh, was killed by Lava. Soll ich jetzt, soll ich jetzt noch gleich den Flitzer machen und mich nackt ausziehen mit meinem 1.8 Skin und den Flitzer machen? Das kann nur ich. Aber ich würde mich jetzt ertränken gehen. 99 Globbers was a Hitchat won. Help me! Oh, hört das auch mal auf mit diesem einen Block Scheiße hier. Das muss ich hier nämlich in TNT zünden. Boah, man, ich wollte mich noch ertränken. Was steht da killed by water oder so? Ah, yeah. War alt, ich habe schon 3.320 Gems. 3.592. Okay, ähm, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst vielleicht ein Like da und vielleicht ein Abo. So unterstützt du mich und das würde mir auch sehr gefallen. Ja, bei mir genau das gleiche, weil ich bin redefaul und jetzt sage ich, ja, hör mal, tschüle, tschü und irgendwann besteht er irgendwann morgen oder so, oder? Okay, tschüss. Tschüss.